Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen. Heute spielen wir Evil Inside Prolug. Ich habe noch nicht reingeschaut. Deutsche. Musik. Ganz kleinen Tacken für mein Öhrchen hier leise. Okay, mehr gibt es hier nicht. Dann ein neues Spiel. Ja, habe ich gemacht. Hier haben wir Mary-Jane Andersen, unsere Sprecherin in der Sprecherin. Danke, Joe. Sie haben den Körper von Rose, die Frau verabschiedet worden. Die Forensik hat die Kamera neben der Welle, in der sie lebendigte Körper war. Die Frau, die verabschiedelte Frau, hat bereits verabschiedet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht aus wie PT. Ich weiß ja nicht, ob ich das wollen würde. Ich würde ausziehen. Definitiv. Oh ja, das ist eine ganz tolle Idee. Nicht. Niemals tun. Niemals. Jetzt bin ich drin. Ich habe eben ein Spiel versucht. Da war die Maus furchtbar wackelig. Ah, und hier ist sie furchtbar lahm, Arschig. Habe ich eine Taschenlampe? Nein. Boah, da ist eine Tür, glaube ich, ne? Achso, wohnen wir hier gar nicht? Ah, das ist ein Ticken-Tacken-Rennen, okay. Das ist aber mühselig. Steuerung weiß ich auch nicht. Okay. Okay. Das ist doch, das ist doch das Haus von PT. Aber nun gut. Brauche halt 300 Jahre, um mich rumzudrehen. Welche Taste ist zum Interagieren? Oh, ich kann zoomen. Ich vermute mal die Maus. Das ist rennen. Das ist gehen. Das ist rennen. Das ist gehen. Nee, nur essen. Ja. Oh ja. Da habe ich jetzt auch Bock drauf. F. Jacky? Oh. Jack, wer ist Jacky? Ist unser Bruder Jacky? Ich würde mich gerne schneller umdrehen können. Ist ja furchtbar. Boah. Jacky könnte unser Bruder sein. Hüeber? Nope. Ich dreh mich rum. Ich renne. Ich heile. What the hell? Ja. Weil ich hier tue es. Bei mir. Ich schaue mir schon. Oh, ein Pilchertisch. Oh. Na, wollen die hinspielen? Das macht gar keinen Sinn hier. Die Waschmaschine des Grauens, oder was ist das hier? Ist hier nichts? Warum sollte ich den Hebel drücken? Nein. Oh, ist das anstrengend. See the News. Oh, hey, bitte unsere Wohnung. Oder vielleicht auch nicht. Oh. Entschuldigung. Ein riesen Babykopf. Na? Geht's dir gut? Ach so, dass dein Kopf riesengroß im Raum schwebt. Oh mein Gott, die Tür ist lockt. 9 Uhr 59. Nein, das ist nicht die richtige Uhrzeit. Es ist 9.17 Uhr am Morgen. Jetzt musst du nur gruselig zu Ende spielen, damit die Tür wieder aufgeht. Okay. Ich versuch's gar nicht erst bei den Türen hier. Brenn doch mal ein bisschen schneller. Was eigentlich mit Mutti hier oben? Ne? Was? Nur hier nicht wieder rein. Der fällt schon an. Das Asset hab ich doch auch schon mal gesehen. Nur in Schärfer. Ja, ich hab das hier nicht gemerkt. Dieses hier. Hallo? Ist schon wieder so perverser da dran. So, ich wüsste nicht, ob ich meine Mutter am Atmen erkennen würde. Hallo Mama, ich weiß, du guckst das. Ruf mich bitte nicht an und atme rein. Das fände ich dann doch ein bisschen gruselig. Oder ich würde einfach pauschal den Rettungsdienst holen. Also, tu's nicht. Nein. 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 Das ist der Choo-Choo-Choo. Schadig. Ich hab hier einen Jumpscare übersehen. Oh. Ich hab doch schon mal PT irritiert. Ich mein, das war PT. Dass es hier an oben gibt, aber es gibt noch voll ein Trepp. Jetzt ist die Küche zu. Okay. Das ist eine komische Aufteilung, oder? Küche kurz vorm Keller. Vorm Eingang direkt das Schlafzimmer. Das war hier. Gut, sehr gut. Ja, ich kann ihm nicht helfen. Ich hab grad irgendwas gehört. So, jetzt hab ich meinen Bruder geguckt. Jetzt der zweite. Mama? Was hab ich übersehen? Ah. Äh. So, vier Zahlen. Und wie... Wie mach ich das? Ah, freitasten. Das wird zu einfach, ne? Äh, wie komm ich da weg? Wie, ab. Okay, sei gut. Ah, okay. Oh, no. Ich hab einen Stift. So, das Haus. So, das Haus. Das geht... Das geht... ...zur... ...zwei. Das Blümchen geht... ...zur neun. Äh, zu neun. Moment, nochmal. Nicht mit dem Finger auf den Monitor patschen. Doch, zu neun. Der Baum geht... Der Baum geht... ...ins nichts. ...zwei, neun... ...fünf eins oder nul eins. Zwei. Ah, nein. Zwei. Na, neun. Zwei. Okay. Das war nicht. Achso, ich dachte, ein Stück wieder vom Ouija bringt. Ja, schöner Schlüssel. Was mach ich damit? Ne, wahrscheinlich am Anfang, ne? Ja, natürlich. Da, die Tür mit dem Schloss-Tropfe. Ja, la, 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 la. Hübscher Boden. War's nicht hier? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Uah. Ja, bin ich. Es gibt ein Oben. Als hätten sie mich gehört. Oh mein Gott. Aber PC gab's kein Oben, oder? Ich hab das doch alles gesehen und gespielt und getan. Ich zieh's aber auch schon wieder ein bisschen her. Tatsächlich. Ich bin oben. Ich geh jetzt von oben wieder in den Keller. Okay. Okay. Schon wieder ein Stück. Hab ich ein Inventar? Nein, das fügt sich dann irgendwann ganz von allein zusammen. Gut, gut. Gut. War's das? Kral ausspielen? Ah, das war die Demo. Huch, es geht an der Internetseite auf. Das war jetzt die Demo. Ja, okay. Dann, ähm, da würde ich gerne die Vollversion von spielen. Tatsächlich. Und, ähm, wenn ich dran denke, füge ich an dieser Stelle ein schöneres Bild ein. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.